Freunde, was ist das heute für ein Tag? Erst muss Tedesco seinen Posten in Leipzig räumen und jetzt verliert auch noch Thomas Tuchel seinen Job beim FC Chelsea. Mir hängt die Kinnlade ehrlich gesagt bis zum Boden. Wie kann man jetzt schon Thomas Tuchel raushauen? 2081, 2081, wer kennt es nicht? Thomas Tuchel in der Zukunft, 2081 holt die Champions League. Ihr habt es von mir gehört. Nein, Spaß beiseite. 2021 hat er überraschend mit Chelsea die Champions League gewonnen. Ja gut, er hat es im letzten Jahr nicht geschafft zu Liverpool und Man City aufzuschließen, aber im Ernst, das kann man natürlich nicht erwarten. In dieser Saison hat Chelsea einen Start hingelegt, der weder sonderlich gut noch sonderlich schlecht war. Ja, die Partien gegen Leeds United und gestern in der Champions League das 1 zu 0 bei Dynamo Zagreb waren negative Ausreißer. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Tuchel auch einen fiesen Umbruch managen musste, mit einer neu aufgestellten Defensive, auch in der Offensive mit vielen neuen Spielern. Sowas geht nicht von heute auf morgen und schon gar nicht in der Premier League. Von daher bin ich ehrlich gesagt ein wenig fassungslos. Für mich gehört Tuchel zur absoluten Elite der Trainer. Ich glaube auch, dass er definitiv noch geschafft hätte im Verlauf der Saison mit einer ordentlichen Platzierung in allen Wettbewerben abzuschließen. Aber naja, wir werden es nie erfahren. Am Ende muss man es natürlich einfach nehmen, wie es kommt. Möglich ist ja auch, dass es an der Persönlichkeit von Tuchel gelegen hat. Nicht jeder kommt mit seiner Art klar. Vielleicht wird er ja jetzt ein Kandidat in Leipzig werden, aber das wäre dann für mich persönlich nochmal anders überraschend. Sowohl sein Spielstil als auch seine Persönlichkeit wären mehr als nur problematisch, aber wer weiß, alles ist möglich. Oder der VfL Wolfsburg sollte Kovac den Hut nehmen müssen. Naja, Spaß beiseite. Ich denke, wenn Tuchel zu haben ist, dann bieten sich in der Regel auch ganz andere Möglichkeiten. An der Stelle gebe ich jetzt aber mal an euch weiter. Hättet ihr mit einer Entlassung von Thomas Tuchel zu diesem Zeitpunkt der Saison gerechnet? Oder seid ihr auch komplett überrascht worden? Schreibt mir gerne mal eure Meinung und Reaktion dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.